Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, ähm, Left 4 Dead Together mit Darth Holger, hier dem. Ja, hi. Also bei mir liegt der Server, ne? Und ich kann mich grad nicht selber ein. Ja, das liegt an dem Server, definitiv. Hä, du kannst... Dann heil du mich. Du kannst wen anders heilen, aber dich nicht. Ja, komm, dann heile ich dich. Ja, dann komm. Brauchst du auch? Ne. Nass bei mir mal. Ich hab noch genug. Nein, ich hab genug. Ja, aber da liegen noch zwei. Ach so, okay. Jetzt kommt die Zoe und klaut mir das letzte. Ja. Allein schon, weil die noch eins hat. Das verbraucht die dann. Das kann die ja gar nicht. What the fuck? Kommt ja rein hier. Ja, ich klemm mir grad so ein bisschen. What the fuck, ey? War das denn? Show mal, Muni. Ach, verdammt. Hey. Oh, oh. Kommst du mal rein, bitte? Oh, komm noch mal rein. Lass die Zoe abkratzen. Boomer. Ey, jetzt kann man nachher endlich mal weitergehen, oder? Äh, äh. Immer auf mich. Geht's hier dann? Ja, du bist auch schon wieder hier gut dabei. Mhm. Oh, da unten. Könnte nämlich sein. Da unten liegt, ähm, ein paar Waffen. Jo, jo. Pillen. Pillen? Ich hab schon Pillen. Hä? Ich hab die Wäsche gelegt. Hä? Ich hab grad noch andere genommen. Nein, die hab ich. Okay. Ähm, Hunter. Und Boomer. Oh. Ja, lauf einfach weiter. Oh, das war ein Rohr. Ah. Geh da weg. Ah, Mann. Ah, Mann. Boah, könnt ihr's mal am Maul halten, ey. Dreckz-Zombies. Ähm. Okay, das brauchen wir nicht. Ach ja. Mir liegt aber noch ne Pfeilung. Die nehm ich an mich. Und ich werd schon wieder geheilt. Ja, besser für dich. So, los geht's, oder? Also, wir müssen jetzt hier diese Brücke runterbekommen, damit wir da hinten, äh, rüber gehen können und dann zu unserem Rettungsziel, weil wir da oben lang müssen. Dafür müssen wir jetzt diesen Stromschalter hier beschädigen, damit das Ding runtergeht. Das mach ich jetzt einfach mal. Ne, einfach nur anmachen, oder? Ja, aber leider ist das natürlich ein bisschen lauter, als, ja, wie's besser für uns wär. Und deswegen lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Wir kommen, glaub ich, auch hinter dir raus. Ähm, ja. Scheiße, Mann, wir kommen ja leer. Okay, komm. Ach, ist schon. Da unten ist ein Boomer. Komm, schon. Hier ist ein Verbandskasten. Hab ich schon alles. Pillen, nimm Pillen, nimm Pillen. Und da liegt Moni. Ach, da. So. Smoker. Jutz. Hunter. Immer auf mich, ey. Immer. Passiert dem Besten. Nicht. Äh, Witch. Äh. Wo ist die? Oh, die spawnen aber auch alle. Äh, Molotow-Cocktail. Wo ist die? Wo ist die Bitch? Stopp, die ist da. Ah, da ist die. Fuck, Mann. Können wir auch so rumgehen? Ja, können wir. Ja, ja. Hier ist der normale Weg. Tank. Wo und zwar. Oh, ho, 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 ho. Fuck, Mann. Ich bin auch noch voller reingesprungen, ey. Könntest du vergessen, das war's. Ach, was. Schieß doch. Okay, du... Oh, ich werde wieder belebt. Du bist hier optimistisch. Ich halte ihn auf. Das bringt nicht viel, nur mal so zu Info. Doch, doch. Stopp, doch. Okay, Hitzoi. Oh. Marvin, du halst mich, ich halte dich. Ey, jetzt kann man sich drauf selber heilen, oder? Nee. Noch nicht. Ey. So, und da hab ich auch noch direkt eine Errungenschaft gehalten. Sollen wir erstmal hier runtergehen und gucken, was da ist? Wir haben noch zwei Minuten. Das nicht. Wir könnten jetzt ja noch die Wit-Schulen gehen. Ja. Aber unnötig. Komm, wir haben noch zwei Minuten. Ja, das war unnötig. Geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Oh, ho, 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 ho. Schäden, Mann, Mann, Kommst du? Das kann mehr, die da in Ordnung. Ja, das ist ein, oder? 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 Lu, ich mal irgendwo hin. Hier! Hier! Nein, Alter! Kommst du? Wow, fuck, da waren! Den hätte ich fast noch erwischt. Jetzt holen wir die Witch. Ey, Junge. Gehst du bitte in den Schutzraum? Oh, nein. Ja, du. Nee, warte mal. So. Bist du im Schutzraum? Bitte, warte, den hole ich. Bist du im Schutzraum? Oh, scheiße. Nein, warte, Jay. Der ist innen. Hä? Da kommt man gar nicht ran. Der ist innen drin. Oh, nö. Egal, ich hole die Witch. Ich hole die Witch, geh. Ja, der ist die Witch, doch. Nein, Marvel, der ist die Witch. Oh. Geh in den Schutzraum. Nein, ich helfe dir. Ja, und? Falls einer drauf geht. Ich mach jetzt hin. Oh, oh, Smoker. Oh, fuck, der hat die Witch ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, mach doch irgendwas. Werf deine, werf die Pipe dahin. Geh bitte in den Schutzraum, man. Sonst gehen wir drauf. Jetzt mach irgendwas. Lauf! Hey, ich dachte, du wolltest dir. Okay. Hattest du doch vor. Nein! Fuck, nein! Lauf, lauf! Habe ich aber auch noch mal den Arsch gerettet. Wo ist die Witch? Scheiß auf die. Und wo ist Bill? Bill ist am Arsch. Alles ist am Arsch. Junge, Junge, Junge. Juts. Ähm, wir machen hier auch dann Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go!